Das hier, das ist alles, was ich in den sechs Jahren erlebt habe. Das sind Briefe von meiner Mutti und meinem Schulfreund, dem Alfred, von dem habe ich hier erzählt. Und da alles, was ich so erlebt habe in den sechs Jahren, das Notizen vom Spätdruck, meine ganzen Erlebnisse sind da drin. Das ist wie so ein Stück Heimat für mich. Wir haben doch keine mobilen Reserven mehr. Wir haben keine Reserven mehr. Wo müssen wir überhaupt hin? So greife ich dir das einmal. Und wie schaut es aus? Das ist ein Brief von meiner Mutter. Die haben wieder Essen bombardiert, aber denen geht es soweit gut. Das fängt schon wieder an zu gräseln, ja? Naja. Wir haben ja auch Weihnachten. Wir sind nicht die einzigen Freiwilliger hier. Es gibt Freiwilliger aus Frankreich, aus den Niederländern. Was soll das lesen? Meine Kinder. Hast du welche? Noch nicht. Naja, komm! Ich bin zu. Musik. Musik. Musik.